So, hab ich mal kurz nen Schnitt gemacht. Halliopp, kick ins face, halliopp. Oh, schade. Ich muss einmal irgendwie hier durch. Wie weiß ich noch nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich muss kurz aufladen. Okay, nicht festhängen. 10.000, okay. 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 Was? Geschlossen. Oh. Jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise? Elis? Elis? Warte! Elise! Halt! Oh, Senor. Warum ist deine agitation? Elise? Oh. Ich weiß nicht, tschüss. Wo will die denn hin? Oder war das Elise? Elise? Was wollte sie? Wer bist du? Ich nahm doch nur ein Pass zu! Hier! Ich weiß nicht. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein. Er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein... ...Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier. Das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Hätte. Madame Argot? Er ist hinter dem Waisenhaus. Sie wusste es schon. Ah. Müssen wir wieder so weit latschen? Oder was? Ja. 28 Meter. Das ist das. Komm sofort zurück! Ja. Ich bin wieder weg. Ich muss nicht sprechen. Ne. Musste nicht. Ich muss über einen anderen sprechen. Ah. Ich hab... Dass es jetzt auf einmal so mit Elise eintritt. Ähm. Ist natürlich schon heftig. Ich hab eigentlich schon so die Befürchtung, dass ich sie töten muss. Spekulation. Keine Hoffnung. Das Rote ist aus Weisenaus. Gefällt mir. Hallöchen, die da haben. Mal gucken. Kleiner Mann. Noch drei Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal, hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, Morsi. Komm in mein Zimmer, sobald du die zwei hast. Oui, Monsieur. Welche zwei? Nach was suche ich? Die Waffe gefällt mir schon. Hab ich denn... Knarre habe ich jetzt aber nicht. Datenbank. Doreals. Enzyklopädie. Menschenorte verschiedenes. Objekte. Da. Da. Da haben wir sie. Können wir mal schnell die Lieder noch durchgehen. Damit die nicht... nicht zuquatschen. Zack. Und jetzt hatten wir es allgemein noch mal durchswitchen hier. Paläste. De Louvre. Warte mal, Elise hatten wir doch schon. Warte mal. Da. Da. So sieht es aus. Können wir mal ein Vollbild machen hier. Ich kann nicht drehen hier. Die hat er jetzt gerade verfolgt. Und wir. Ah, Totoro ist jetzt interessant. Ähm. Don't present this. In der Ballistika lesen. Okay. Okay. 540 Meter. Ja, lauere ich weiter. Ich muss da hin. Nach oben. Okay. Freier Eingang. Nö, aber... Ich nehme den freien Eingang. Ich nehme den freien Eingang. Ich hoffe, dass hier keiner ist. Liegt doch... So hier offen, ne? Äh. Hier ist auf jeden Fall ein Zeichen. Aber jetzt ist hier so ein... Zack. So ein Rätsel. Okay. Eins ist da. Und das andere ist irgendwo über uns. Hm. Wie kommen wir am dümmsten? Na ja. Wieder eigentlich ein bisschen zurück hier. Und so. Mal müssen wir auch kommen. Ja, kommen wir auch. Aha. Wachenstarren. Wachenstarren. Wösten. Gehörten unter Monstern. Wo ist das so ein Haus des Gottes. Wo ist das so? Wachenstarren. 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 Wachenstarren und ein Monster. Mein unterwürfiger Blick auf den Außenposten des Herren, die Reflektion des Sternes am höchsten Punkt von allem. Enem, enem, moos, da hinten. Okay. Wo ihm das ab? Ich bin hier runter. Geh doch. Ja. Sei gegrüßt, der Herr. Ah, wir haben da oben einen grünen Punkt. Da hinten. Der höchste Punkt ist da hinten. Eine Zweiermission, okay. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall später wieder hin. Der höchste Punkt, ich geh mal hoch. Timmy! Das ist der höchste Punkt. Nee, der. Nee, wo ich bin jetzt nicht. Oh, die Rätsel sind ein bisschen... Banane. Hopp. Oh, was ist das?